So Leute da sind wir beim nächsten Booster und ja was soll ich sagen Innistrad habe ich halt letztes Jahr irgendwie anscheinend komplett vergessen weil ich habe auch kein Collector Booster aufgemacht. Warum habe ich denn kein Collector Booster davon aufgemacht? Hier diesen wunderschönen Collector Booster drauf. Midnight Hunt habe ich komplett vergessen dementsprechend Nostalgie pur von letztem Jahr. Das lässt sich viel zu leicht öffnen. Nostalgie von letztem Jahr gucken wir uns Midnight Hunt an. Für mich das beste Set nach Crimson Vowel letztes Jahr und natürlich Modern Horizons 2 und natürlich ja ihr wisst was ich meine. So gucken wir uns was zuhören. Stolen Vitality. Zwei Mana Instant. Eine Kreatur kriegt plus drei plus eins bis wenn es Zug ist. Und es kriegt Trampel und Erstschlag. Also es kriegt Trampel wenn es euer Zug ist und dann kriegt ihr Erstschlag. Okay. Seltsam. Bonding Wolf. Bounding Wolf. 303.2 Flash Reach. Sehr sehr coole Karte. Sehr sehr cool. Und auch hier die Druckqualität immens hoch. Auch wenn sie da oben steht UK CA. Die sind made in Belgium. Ähm. Bin ich nicht gewohnt. Bin ich nicht gewohnt. Die Qualität ist wirklich gut. Timberland Guide. Zwei Mana 1.1. Wenn ein Spielfeld kommt, kommt dann bis 1.1 auf eine Kreatur. Okay. Morning Patrol. Drei Mana 2.3 mit Vigilance. Vigilanze. Und Disturb. Für vier Mana können wir aus dem Friedhof spielen und dann kommt die so rum ins Spiel. Und ist ein fliegend Wachsamkeit. Äh. Wenn dir von irgendwer auf Friedhof gelegt wird wird es die Exil. 2.1er. Spirit Soldier. Es ist wirklich cool was sie hier gemacht haben mit dem Typen und seinem Hund. Und er stirbt dann vor seinem Hund und der Hund erkennt ihn als Geist wieder. Das ist so unendlich süß. Ich liebe Innistrad für diesen, für diesen Flair, für diese Karten. Omniscious Roost. Drei Mana Enchantment. Wenn sie ins Spielfeld kommt oder wenn man einen Spell castet aus dem Friedhof kriegt man 1.1 Bird mit fliegenden, äh, mit fliegend und kann nur fliegende Kreaturen blocken. Okay. Mhm. Mystic Skull. Zwei Mana tappen für ein Mana blieger Farbe oder für fünf Mana transformieren. Und transformiert ist der ein fünf, sechs Länder, die man kontrolliert hat. Tappen, man kriegt mal eine bliege Farbe. Wow. Das ist eine coole Karte. Das ist tatsächlich eine coole Karte. Und dann hier mit dem Konstrukt mit dem Skull drauf. Cool. Dann, oh mein Gott. Hübsche Planes. Ich hab voll vergessen, dass die hier drin waren. Voll Planes in Black. Richtig cool. Dann haben wir, oh, eins zu weit. Desert Breach. Kommt, enter up the spieleside, man kontrolliert zwei oder mehr andere Länder. Ähm, tappen für ein blaues oder weißes. Sehr, sehr cool. Cleavers Gap. Aus dem Commander Deck. Vier Mana, zwei, vier. Drei Mana tappen. Man opfert einen Zombie und kriegt zwei Kopien der opferten Kreatur. Sehr, sehr coole Karte von damals. Slothers Spezialist. Zwei Mana, drei, drei. Vampir, Warrior. Wenn das Spielwerk kommt, kriegt jeder Jettner einen Blatt 1,1er. Und immer wenn der Kreatur von Jettner stirbt, legen wir eine Blatt 1 zu 1 auf die. Richtig starke Karte gewesen. Richtig stark. Dann haben wir ein Tavern Ruvian. Vier Mana, zwei, fünf mit Daybound. Das heißt, es ist auf Tag und auf Nacht. Tavern Smasher. Hier auch wunderschön mit diesem, ich gehe ja schon mal rum. Hier kann man es auch wunderschön sehen. Die Unterschiede zwischen Tag und Nacht, der Umrandung. Richtig, richtig cool. Dann haben wir Spellrund Painter. Drei Mana, drei, vier. Ne, zwei, drei. Immer wenn man einen Insider Source recastet, kriegt der eine plus 1,1 Marke. Und auf der anderen Seite kriegt der plus 2, plus 2. Äh, nicht Marke. Ein plus 1, plus 1. Und hier kriegt der plus 2, plus 2. Ist irgendwie seltsam mit der Seite, weil man will ja nur einen Spellcasten eigentlich. Dann haben wir ein Suspicious Stowaway. Dieses Artwork sieht aus wie aus einem Manga. 2,1,1 kann nicht blocken. Beziehungsweise geblockt werden. Und wenn der Manga Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab. Und bei Nightbound haben wir, das ist eine blaue Karte, das hier ist eine grüne Karte. Ein 2,1 Karte, die nicht geblockt werden kann. Wenn sie mir eine Schaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Hä? Wechselt der einfach nur zwischen 2,1 und 1,2,1 rum. Ne, hier muss man eine Karte abwerfen. Okay. Dann haben wir Outlaw, Liberatory. 2,2,2. Für ein farbloses kann man den Opfern um Artefaktoverzauberung zuerstören mit Daybound. Und Nightbound ist es ein 3,3er mit diesem Effekt. Und immer wenn er angreift, zerstören wir eine Artefaktoverzauberung. Das ist eine sehr, sehr coole Commanderkarte. Und dann haben wir, uh, Pithy Needle in Full Art. Ein Mana, wir sagen, eine Karte an, wenn die ins Spiel kommt. Aktivierte Fähigkeiten können nicht aktiviert werden, es seien es in Mana-Abilities. Dieses Artwork finde ich so krass. Die Karte verfolgt mich so ein bisschen. Ich finde das Artwork total krass. Renan 7, you have no maximum hand size, ist unsere Karte mit einem Zombie. Sehr, sehr cool. Das war das Collector Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Apex 8. Ciao, ciao. Bis dahin.